Am Ende war der Jubel gegross und die Akteure von Borussia Dortmund atmeten kräftig durch. Nach einem wahren Zitterspiel und Pokalfight setzte sich der BVB in der zweiten Runde mit 3 zu 2 nach Verlängerung gegen Zweitligist 1. FC Union Berlin durch. Alle Ergebnisse im Überblick, wie schon in Runde 1 bei Greuther Fürth war es Marco Reus, der den BVB in der R120. eine Minute gegen einen Underdog erlöste, dieses Mal mit einem Foul-Elfmeter. Das Spiel zum Nachlesen im TK. Zuvor hatten die Dortmunder gegen die mutigen Berliner mehrere bange Momente zu überstehen, doch wie schon in einigen anderen Partien zuvor war das Spielglück auf Seiten des Bundesliga-Spitzenreiters. Es war sehr schwer, gegen diese Mannschaft zu spielen und sie zu destabilisieren, erklärte BVB-Coach Lucien Favre. Sie sind sehr gut organisiert, hatten nichts zu verlieren, waren nicht der Favorit. Sie konnten abwarten und kontern, das ist immer schwer. Alle Infos zur zweiten Runde im Volkswagen-Pokalfieber am Donnerstag ab 18.30 Uhr live im TV auf Sport 1. Favre wirft Rotationsmaschine an. Favre hatte vor dem Spiel hochgepokert, denn der Schweizer war für das Pokalspiel die Rotationsmaschine an und krempelte seine Startelf im Vergleich zum 2-2-Remy am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC gehörig um. Sieben neue Spieler schickte er ins Rennen, vor allem in der Offensive und hätte sich dabei fast verzorgt. Spielerisch ging über weite Strecken nicht viel zusammen, ließ die Kreativität zu wünschen übrig. Favre, es ist normal zu rotieren, doch für Favre waren die Umstellungen angesichts des Straffenprogramms alternativlos. Es sei ganz logisch und normal zu rotieren, meinte Favre, der Schwierigkeiten offenbar einkalkuliert hatte, es ist auch normal, dass wir nicht die richtigen Automatismen hatten, aber es war okay. Julian Weigl verteidigte die Maßnahmen seines Trainers, heute haben einige Jungs mal eine Pause bekommen, die sonst zum Stammpersonal gehören. Das war auch wichtig, denn jetzt kommen Kräfte zu Ende Wochen auf uns zu, Anzeige, jetzt das Trikot von Dortmund kaufen, hier geht es zum Shop, wo es der Schweizer derzeit auch anpackt, scheint zu funktionieren, immerhin steht er jetzt bei 14 Pflichtspielen ohne Niederlage, womit er den Startrekord von Thomas Tuchel einstellte. Am Ende sind wir durch, nur das zählt. Punkt. Es ist Pokal, viele Mannschaften haben gelitten, frei nach dem Motto, Mund abputzen und weiter geht's am Samstag mit dem Auswärtsspiel in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg. Punkt.